Vielleicht die entscheidende Phase dieses Spiels, Trochowski. Tor! Tor! Was für ein herrliches! Und so lange hat er auf sein erstes Länderspiel-Tor gewartet. Piotr Trochowski vom HSV bringt Deutschland in die Führung. Immer wieder hin und her, von links nach rechts und dann auf den rechten Fuß. Und endlich greift diese Schusstechnik des Hamburgers. Endlich kommt dabei etwas Zählbares heraus. Wunderschöner Treffer. Wunderschöner Treffer.